Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel zu bieten, hier. Normalerweise. Ja, wir sollen das mal nächstes mal ein bisschen anders basteln, das ist irgendwie nicht so gut. Ich denke, die Wave werden wir halten, aber schön war es nicht. Genau, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob wir sie haben. Ja, so richtig viel lebt er ja nicht mehr, nicht? Hm, der Bus ist ja auch noch unterwegs, ne? Ne, es gibt das ja nichts. Feinde Symbasion. Gut, dann machen wir die jetzt mal kurz her. Weniger ein Problem wahrscheinlich. Nee. Das war's für heute. Das heißt trotzdem nicht, ob wir effektiv die Runden jetzt verloren haben oder ob wir jetzt weitermachen können. Das werden wir gleich sehen. Das kann nicht schwannen bleiben würde ich sagen. Oder müssen wir jetzt jeden Mob da hochkommt einzeln bis hin? So... So... Ich glaube, man kann das ganze Spiel gar nicht in einem Zug durchspüren, scheinbar. Ich würde sagen, wir legen mal eine kurze Pause an. Ich werde einen Happen essen und dann geht es eine halbe Stunde oder so weiter. Später! Isst du einen Happen für mich mit?